heute wieder zu einer folge fifa 20 zusammen mit fresh fries online spielen real madrid ja zu einfach gewesen ach so ja kann man machen ja den hat er ja den habe ich von da ich ja da zu spät vorne geht nicht hoch obwohl ich am ball war noch weiß nicht ob es wirklich zu spät war oder einfach da kommt so ein pass hier bei rum danke dass du zur stelle wissen ich probiere fabinho auf dem zweiten jetzt gibt es den freistoß ja direkt werde ich den nicht ausführen besonders habe ich jetzt deine ansicht obwohl ich nicht schießen aber okay ich dachte mir gerade kurz warum verziehst du denn so er war aber die bessere variante würde ich sagen wenn der mann auf der linie steht nächste ecke schade hinten sind wir gut blank ja geht ich gehe drauf bleib du in der mitte hat er den nicht mit der hacke macht er kommt einfach nicht durch schick war glaube ich der falsche der ist im abseits oder neun war er nicht schade hätte dann trotzdem reingehen dürfen so schießt doch wieder wie zugenagelt gerade aber wir führen immerhin schon 1 0 wir haben letztes spiel 66 führung eine sechstore führung aufgegeben ja das geht schon der war blödsinn schick ja bin dabei das geht doch bei 0 da wollte ich druck machen mit dem 2 hat funktionieren ja es war aber ein kurzer vorteil der bringt dennoch weg damit dann ist in not schick wieder schade warum zu dem aber egal aber warum der ich weiß es nicht weil der eingelaufen konnte ich weiß es nicht mehr gewalt hinter den ball bringt ja ich habe ihn doch eigentlich schon gerade noch vorbeigedrücktes ding das gibt einen freistoß schade der war dran ja passt zwei eckentoren anspielen kann man machen kann man halt echt machen ich wusste noch nicht dass das in fifa 20 geht aber besonders zwei in einem spiel eins ja okay passiert immer mal aber zwei wir sollten heute lotto spielen oder so aber ich weiß nicht wie viel also lohnt sich wahrscheinlich nicht aber selbst wenn wir die millionen mitnehmen dann nehmen wir die millionen mit drei wille oder was ist denn glaube ich habe keine ahnung ehrlich gesagt arbeiten aufhören würde ich bei drei bilder nicht ich schon also zumindest in der form arbeiten wie ich jetzt machen ja gut ich würde eine mille nehmen mir mietshäuser kaufen und dann hätte ich noch zwei mille plus die einnahmen aus der mietshäuser schocken doch kommen drücken bald auch darüber das ist aber gut schade er hat den trickstick schon wieder gewohnten was machst du da auf dem boden ein bisschen schön was hat er vor weil ich wollte wahrscheinlich den abpräller haben oder so schade aber wichtig der ball die spieler gefühlt null zusammen besonders der schuss halt so das macht halt gar keinen sinn hätte noch mal durchgesteckt werden wir blank gewesen wahrscheinlich natürlich die spieler die spieler hatten null zusammengefühlt ich will das tor schießen nein ich schade da wollte ich mal anders machen wieso die spieler bedingungslos abziehen wollte ich gar nicht weil mich eigensinnig die künftel in einem anderen abwärter schade kannst du sagen was du willst die stehen auch schon wieder auf sehr offensiv könnte gut sein ja wird so sein die pass da der hätte nur irgendwo durchstecken müssen das wäre zu einfach ich glaube es auch wir machen jetzt eh wieder ein kontertor pass auf schade ok wenn der mal mit geschwindigkeit gelaufen wäre hätte auch direkt instanten druck hinter ball gehabt ja aber ist er nicht von daher ok schön auf salat da unten ja komm was mache ich denn das weiß keiner so genau und nochmal ein drehen für eine flanke alles gut klappen klappen klar dass er quer liegt ja zumindest haben sie ihren ehrentreffer weil sie endlich mal zusammen gespielt haben den blockt er weg ja komm er tritt mir in die eier muss ich ja nicht treten lassen ja wenn mein spiel nicht hinkommen naja wo keiner weiß wie du da durchgekommen bist aber nehm mal ist ok ist ok kann man so machen dann ist ja gut ja du musst meine trick session dann schon vergolden es tut mir leid ja ich hätte ich hätte die 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 trick taste drücken müssen zeitverzieher was weiß ich aus dem weg aus dem weg ich komme ich habe einen trick gemacht und kam nur so weit nach hinten habe ich eigentlich nicht gedrückt aber mach du mal ja gleich geht drauf ja 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 abseits ja ne leider nicht ja der steht fast kieper regelt der zweite ball war wichtig dann weil der kieper nicht auf dem platz war ja na ach so das ist meiner glaubest du ja schade stecken halt durch oder lass dich treffen ja so wie er hei aber gleich vorbei dann haben wir titel gerade noch so geschafft den nächsten ja hammer ja ja ok wenn euch die folge gefallen hat gebt einen daumen nach oben schreibt uns was in die kommentare schaut auch beim google fresh vorbei die ist unten in der video beschreibung verlinkt hier sind noch ein paar videos für euch wir sagen tschüss bis zum nächsten mal ciao